Guten Morgen, Hampus ist wach. Hi Süßer, Hampus möchte gerne gestreichelt werden. Hampus hat ein Problem und zwar, was alle Hunde haben hier in dieser Praxis, diese Fliesen sind sehr sehr rutschig. Ich habe hier jetzt von mir zwei so Mappen. Hi, oh Gottchen, alles ist gut. Hi, hallo. Also es ist bewegen, wenn er sich aufsetzt und so weiter, es tut ihm halt alles weh. Und er wollte halt auch laufen und konnte halt nicht, weil halt alles rutschig ist. Und wenn er dann halt fällt, fällt er halt ungebremst auf seine Amputationswunde. Das ist echt eine Katastrophe mit diesen Fliesen. Ich habe hier eben diese Matten und die sind wirklich gut. Und die kann man halt, die sind dünn, aber man rutscht halt wirklich gar nicht. Und man kann die zusammenrollen und waschen. Und davon müssten wir sechs Stück kaufen. Dann wäre das mit der Praxis einfach viel besser. Also er hat halt seinen Schlafplatz verlassen. Ich habe ihn heute Morgen da aufgefunden. Von da kam er dann halt nicht mehr weg. Ich bin ganz froh, dass der Hampus gerne, gerne schmust. Oh Gott, wie ein süßer Kerl. Ich weiß ja immer nicht, was einen dann erwartet, wenn der Hund wach und klar ist. In der Regel hat sich das dann erledigt mit dem Beißen und um sich schnappen. Ich bin... Ich bin ganz froh, geh Vielen Dank.